Hallo allerseits! Zwischenzeitlich hatten wir gedacht, dass der Kelch noch an uns vorbeiziehen würde, aber vielen Dank an Thomas Bernadi und den Hardcore Dillingen für die Nominierung zur Klopapier-Challenge. Das Chorwerk Hülsweiler und der Chorjungen Sing unter der Leitung von Uli Lin nehmen diese Herausforderung sehr, sehr gerne an. Und in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß und musikalische Grüße in alle Richtungen. Bis zum nächsten Mal. Wir chroren Schroo lang Wir ch把 Glas Wir chroren Wir sind Wir sind 았는데 Wir machen No more pencils, no more books, no more teachers' dirty loops. Da-da-dwee, 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 da. Well we've got no class, and we've got no principles, and we've got no innocence, we can't even think of a word that was. Now that we love schools out for summer, for summer, schools out for ever, forever, my schools belong to pieces. Yeah, and there is the Klopapier-Rolle here on the schönen Freien Hotel in Hülzweiler. We are very happy that we can hopefully be the next time again in Freien probing here, where enough space is. And, yeah, thank you very much, Thomas, for the nomination. I hope you have been very successful and we wish you all very much fun. Trotz allem bleibt gesund, macht weiter Musik, seid weiter kreativ. Und passend dazu nominieren wir zwei andere Vereine, auch hier aus dem schönen Hülzweiler. Zum einen die Volkskühne Hülzweiler, die ja sonst immer auf dieser schönen Freie im Theater spielt, was in diesem Jahr leider nicht dran. Und zum anderen den Verein der Musikfreunde Hülzweiler, die ja auch schon ganz tolle Konzerte gegeben haben. Wir wünschen euch beiden viel Spaß. Ihr habt 48 Stunden Zeit, die Challenge anzunehmen. Ansonsten gibt es üblicherweise 30 Liter Bier für den Verein, der euch nominiert hat. Das wären in jedem Fall wir. Und, ja, aber ich glaube, dazu kommt es nicht, weil ihr bestimmt auch eine gute Idee habt. Und wir freuen uns bei eurem Beitrag. Viel Spaß.